damit servus und herzlich willkommen zu rocket league mit an meiner seite ist wieder riser so riser und ich haben uns darauf geeignet wir werden mal einen online match spielen was kann ich denn hier auswählen wettkampf doppel chaos standard doppel schande playlist machen wir gar nichts würde ich sagen wir suchen einfach mal match den voreinstellungen suche nach standard in europa mittlerer osten usa-oßen usa-westen so zählt bei dir der countdown auch runter wunderbar und 4 gegen 4 wie es aussieht ja ja Nein! Ach, der andere hat mir mal bekommen, deswegen. Verdammt, Darkstier! Was machen die denn hier, die spielen ja mehr Destruction Derby als alles andere. Raiser! Yeah! Raiser erzielt dir den Ausgleich! Ohne Turbo einfach mal. Ah! Go Raiser! Go Raiser! Oder kriegt der mich weg. Ich hab's gesehen. Bam! Kopfball quasi. Schöne Vorlage von dir. Auf jeden Fall. Zack! Oh! 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 Böses Ding! Bam! Wow! Oh! Ah! Wuh! Wow! Scheiße, Junge. Alles gecleared hier. Sauber. Ich hole, ich hole. Na, ich hab keinen Turbo, verdammt. Bam! Nein, verdammt! Du musst hier wieder tricksen, wa? Bam! Ach, verdammte Axt hier. Zweiter Anlauf. Nein! Und keiner vorne. Und? Oh, wieder keiner hier. Oh, Reiser. Schieß rüber. Meiner. Tor. Sauber. Reiser, Mann, ich würde sagen, das läuft bei uns hier. Sind genau Anfänger wie wir. Wahrscheinlich, ja. Aber guck mal, wie ich über alle drüberjumpe, schon das zweite Mal. Bam! Reiser rollt erstmal rum, Junge. Ah! Oh, da kriegt er mich weg. So, und noch eins. Bam! Das 3 zu... Ja, ne, 4 zu 1 schon. Das dritte Tor von mir, wollte ich sagen. Headtrick, Junge. 50 Extra-Punkte. Bam! Schön hochgehoben. Über den Gegner, drüber weg. Guck mal, ich glaube, der Bürger flucht ein bisschen. Ah! Verdammt. Der kann nicht so schön. Oh, 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 letzte... Nein, nein, nein. Nein! Höre, der Eierkopf, Junge. Was macht denn der? Voll hier, guck, guck, guck. Da kommt er angesprungen und schießt das Ding noch vor dem anderen rein. Wollte ein Tor machen. So, ein Spacken. Mann! Achtung. Oh, nö, ey. Nein! Wollen die mich verarschen? Was macht denn der Bürger am Tor? Ey, das war noch eine Minute oder sowas und jetzt... Oh, Gott! Ich hab's gesehen, du zu früh gesprungen und der andere... Oh, Gott, ey. Wir hatten so eine schöne Führung. Bam! Erstmal nach vorne mit dem Ding hier. Bisschen clean. So, ist nicht. Ist meiner. So, rinn damit. Ah, verdammt! Ah, vorbeigesprungen. So, weg damit hier. Kriegen sie nicht mehr, kriegen sie nicht mehr. Sauber. Puh, es war aber zum Ende hin noch ganz schön böse. Alter, Falter. Oh, neues Item. Paladin-Karosserie. Sieht ein bisschen fast aus wie das Badmobil. So, saube Runde auf jeden Fall. Aber es war doch ganz schön knapp zum Schluss hier noch. Oh. Hätte böse ausgehen können. So, nächste Runde hier. Der Bürger hat sich hier ordentliche Dinge erleistet. G-Leistet. Er leistet. Oh ja, nochmal, nochmal. War das Spielersuche? Da, 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 da. Ich mag das Spielfeld hier. Turbo. Bam! Ach, verdammt, Mann. Tor, das 1 zu 0 von Luxor. Bam. Bin ich einmal schön auf der Stelle gehüpft, Alter, weil ich dachte, ich gebe gerade Gas. Dö, 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 dö. Komm, Reisor, das Rockshorn hier. Bam, und, und, und. Ah, verdammte Axt. Ah, vorbeigesprungen. Puh. Was macht eine andere eigentlich? Oh. Alter, die kicken ja nur noch hier. Oh, ich komme hier gar nicht weg. Was machen die Eiköpfe denn? Boom, Reisor. Alter. Schubsen hier. Nein, nein, nein. Puh. Ah, verdammt. Da hat er gelauert. Voll gerade da hin und dann haben wir von hinten vorbei. Okay, jetzt hier aber ein bisschen Action, Jackson. Ja, der hat ja eine Krone. Ist bestimmt kein Anfänger mehr. Remiprofen steht bei, ey. Ah, Reisor, Reisor, Reisor. Der hat mich gerade reingekickt, der Krenner. So. Bam. In your face, bitch. Drüber. Nein. Ach. Alter. Sauber, sauber, sauber. Jawohl. Was hast du? Ich hab extra abgebrotst, wo ich gesehen hab, der springt da gerade. Aber vor allen Dingen sehe ich gerade, da haben wir gar nicht mehr den Bürgermeister da bei uns, dem das Eigentor gemacht hat. Toll, da siehst du gerade, ein Noobkrieg treibt ja eigentlich schon, da war der Bein in den Toren kann machen. Puhum, den haben wir weggeklatscht, Zerstörung. Achtung, Reisor, von hinten. Verdammte Axt. Ach, tun leise, ihr kommt von hinten. Ah. Bam. Was ein Keeper, Junge. Schön mit dem Arsch weg, es masht. Könnte auch quasi Manuel Neuer sein, theoretisch. Und fliegen. Sauber. Ja. Ein Eigentor noch, wa? Ja, Eigentor, ich hab was mit verrückt, hab dich da wo. Ja. Ganz hinten. Da. Einmal hochgekickt. Und dann hat er nochmal ordentlich Gummi gegeben. Sauber. Und das hier der Semiprofi, was soll's hier das? Hm. Läuft bei uns, würd ich sagen. Ah, drüber gesprungen. Boah, abfälschen nochmal können. Ah, jawohl. Look. Ach, verdammt. Das wär zu schön gewesen, wenn der jetzt reingerollt wäre. Aha. Was macht ihr beiden da? Alter, wie sie hier zu dritt rumheizen. Nein. Nein. Puh. Die sind da ordentlich im Dreier-Schwadronen, Alter, die Eierköpfe. Warm, leicht anspringen. Scheint immer was zu bringen am Anfang. Oh, hu, hu. Ah. Lol, was machen die denn hier? Sich gegenseitig flippen, oder was? Ha, ha. Am Arsch, mein Freund. Shit. So, schön hier in der Luft halten, das Ding. Achtung, Geiser. Ah, verdammt. Nein, falsche Richtung, Geiser. Nein. Ja, nochmal gut. Ja, und? Sieg für uns hier, oder was? Renn damit, Geiser. Renn damit. Ah, verdammt. Wäre zu schön gewesen, noch in die letzte Sekunde. Ah, verdammte Axt. We will survive. Haha, guck mal. Bürger ist im anderen Team und hat auch wieder verloren. Oder was heißt wieder verloren? Der war ja davor bei uns. Spider-Räder gewöhnlich. Sau-Bärst. So, seid ihr euch das Video gefallen haben, gerne ein Däumchen, einen Kommentar da lassen. Wir machen wir noch eine Runde. Ja, wow, wir machen noch eine Runde. Ja. Wir verabschieden uns aber erstmal von euch sagen, Tschüss. Bis bald.